Ein Leben auf der Überholspur mit einem prall gefüllten Bankkonto. Unbegrenzt Spaß, Unterhaltung und Abenteuer. So leben bislang nur Highroller. Vier normale Spieler können jetzt mit Quasar Gaming der Bescheidenheit auf Wiedersehen sagen. Für begrenzte Zeit gibt es die Möglichkeit für jedermann, im Kampf gegen die Uhr mit maximalen Einsätzen die Bank unseres Casinos zu sprengen. Um unsere wöchentlichen Rennen und den Platz für die Time Attack Challenge zu gewinnen, reicht eine qualifizierende Einzahlung und der Umsatz mit ausgewählten Spielen. Machen Sie auf unserer Rangliste mit Nettogewinnen Plätze gut. Der Spieler mit dem größten Profit gewinnt. Aber das ist nicht alles, denn selbst wenn Sie das Rennen nicht gewinnen, haben Sie immer noch die Chance auf kostenloses Bonusguthaben. Bleibt der Rennsieger ohne Nettogewinn in der Time Attack Challenge, wird die ursprüngliche Gutschrift mindestens aber 5 Euro als Bonusguthaben unter allen Rennteilnehmern aufgeteilt. Verfolgen Sie das Spektakel mit maximalen Einsätzen jeden Mittwoch auf Twitch. Rennsieger ohne Nettoлох Untertitelung des ZDF, 2020